Jetzt nicht mehr, du warst ganz übelst abgehakt. Ey, Akani, ich habe schon 11 Erfolge von 62 noch im Spiel. Deswegen habe ich heute erst angefangen. Es ist das beste Gamesplatter. Ich habe 120 G von 1000 schon gemacht in einem Tag. Okay, ich bin weit weg, dieses Mal von so spiel fortsetzen und einladen und da kann ich ja weit retten. Ich habe nur auf Einladung gemacht, damit nicht jede Handwurst reinkommt. Nur Freunde hast du gemacht. Nur auf Einladung müsste ich gemacht haben. Ja, ich kann nicht. Bei mir lädt es noch. Ja, bei mir lädt es auch noch. Bei mir lädt es noch. Gut, da habe ich noch keinen unterlegt. Zympi Apokalypse vor. Behalte die Moral der Gemeinschaft im Auge. Deine Leute sind produktiver, wenn sie glücklich sind. Ja. Boah. Hier steht bei meinem Twitch-Ding, ne. German Xbox auf zur Zombiejagd, Minecraft. Ja, Minecraft und Zombie. Das ist eigentlich schon der O-Biter. Ah, es geht ganz schön lange. Ja. Mit einem Mechaniker und einer... Ey! Ja, es gab nicht so lange, ne. Okay, hier sind wir. Guck mal. Guck mal, ob du jetzt beitreten kannst. Nee, kann ich nicht beitreten. Kann nicht. Du musst mich einladen. Du musst mich schon einladen. Zum Spiel. So. Dann kann ich. Dann mach mir das das immer schönes Bild weiter. Ich... Ja. So. Und ich suche hier nochmal alles derweil. Und hoffe, dass es diesmal geht. Ja. Es ist leider bei mir. Ja. Das kann kurz dauern. Anscheinend bin ich irgendwann in einem dunklen Ort gelandet. Es ist dunkel. Schwarz. Wo ist das Licht? Ich will ins Licht gehen. Hier liegen Rucksäcke. Sind das unsere? Nein. Ach dann. Ach dann. Ach dann. Ach dann. Nee, das ist das, was ich hingeschmissen habe. Genau. Ich will nur sagen, was da liegt. Okay, der sieht schon ganz gut. Oh. Oh. Es rüttelt ganz schön ja noch. Lebsmittel-Ressourcen. Sehr schön. Den nehmen wir mit. Oh. Oh. Hast du nie. Hast du nicht alles was sucht? Nein, hab ich auch nicht. Oder? Scheiße. Ach so. Ich hätte das, 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 ich nicht alles was suchen kann mit. Ja. Was ist das? Ja, aber ich finde es gut, dass ich aber so einen Sniper habe, ey. Kiste mit Samen. Samen mitnimm. Ich hätte sie erstmal da drinnen gelassen. Irgendwann ist da drinnen. Ist okay. Äh, ich habe ein Zombie gehört. Ich such schon. Und nochmal Samen. Also hier sind Samen drinnen in dem kleinen Gebäude. Ach mein Gott. Das sind nur sechs, vier Stück auf dem Stück. Das schaffst du alleine. So. So. Hab Spaß. Ich kann jetzt ohne Probleme, würde ich das so machen, ja. Wir haben jetzt zwei anderen Gebäude, die suchen wir später aus dem Gebäude. Die suchen wir später, würde ich sagen. Ja, wir bauen jetzt erstmal die Basis auf. Ja, erstmal einen Übernachtungsplatz haben. Das ist ein Ding gehört mir. Ein Ding gehört mir! Ein Ding gehört mir! Oh, krass. Ich bin doch der, aber echt. Ja, sorry, der hat mich entdeckt. Ah, das hauht sich doch gut aus. Nicht zu sehen. Nicht zu sehen. Es wird dunkel. Ja, das hauht sich echt gut aus. Oh, ich bin verletzt. Nee, ich mache das Atem nicht verletzt. Achtung! Licht an in jeden Raum. Ich such unten, du sonst um. Der soll reinkommen, der Idiot. Ich will die Tür zumachen. Wir müssen nur in jeden Raum suchen hier. Ja, ich will die Tür nur zumachen. In jeden Raum meintreten. In jeden Raum eintreten und anschauen, ob da irgendwo einer ist. Oh ja! Das Gebäude ist eher... So, hier war einer. Das Gebäude ist eher... identisch mit meinen anderen. Ich hör noch einen, den hast du. Okay. Bart ist sauber. Hier ist eine Nachmieter. Oh, haut doch ab, Junge! Ich hab halt den... Okay. Das Haus ist grau. Wir haben es noch sucht, ist es sicher. Hier ist irgendwo so ein Kontrollpunkt. Wir müssen nur aktivieren. Irgendwo hier ist es. Ah, hier ist irgendwas. Da. Ich sehe es nicht. Das siehst doch du. Äh... Jetzt kommt eine Cutscene, glaube ich. Nö. Das war's. Wow. Da sind keine Cutscene kamen mit mir und nicht so viele. Denke ich mal. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen müssen. Was musst du wissen. Ja, ja. Ich will erstmal Lager verwalten. Du hörst mich? Du hörst mich? Du hörst mich? Du hörst mich? Ich kann mich draußen machen. Ich kann mich drüber hören, wenn irgendwas ist. Ja. Mach doch die Tore zu ihr, Assinen. Nein, alles schön auflassen. Achso. Äh... Packsack mit... Achso. Wie kann ich das jetzt reinmachen? Geht da. Einen Packsack entnehmen. Ne, das will ich ja nicht. Das will ich auch nicht. Okay, wie ich was ins Lager machen kann, habe ich absolut... Schließfach öffnen. Ah! In Y. Ja, ich bin der ganze Haufen Einlauerung eigentlich noch mit. Sehr gut. Ja, wir müssen auf alle Fälle dein Bruder heilen. Also, der nicht unheilen müsste mit dem Gegengriff. Und dann müssen wir vier Lebensmittel finden. An der Hand. Wir haben nur einen für vier Mann. Also... Nicht. Genug. So... Spricht mit Palimo, wie man tiefer Schnitt helfen könnte. Okay, wo ist die dumme Kuh? Da. Da. Ohne Krankenstation wird tiefer Schnitt die Blutzeuge nicht überlegen. Okay. Kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen? Ich habe einen Handymast in der Nähe gesehen. Von dort aus solltest du einen guten Überblick haben. Okay. Gehe zum Handymast und untersuche das Gebiet. Okay. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Okay. Dann werden wir zuhören, da. Wollen wir nicht mal was aufmachen. Hallo. Zumachen. Danke. Ich sehe noch nicht aus. Was ist denn da oben da hinten ist er? Ach das da hinten? Jo. So. Hier ist einer da vorne am Baum ist noch einer. Ohne am Baum? Ach da ganz hinten ne? Ja. Mh. Oh ja. Achtung. Da drüben ist auch noch einer. Oh. Entschuldigung. Ich habe den drüben an dem Baum. Rechts höre ich mir. Links du. Ja. Ich gehe zu dem links. Ich darf mich jetzt nur nicht sehen. Auto und hier oben bei mir ist noch einer. Ich habe übrigens drei in meiner Nähe. Ja. Das packt gar nicht hin ab und zu mal. Das gefällt mir gar nicht. Äh. Hier oben ist noch einer. Das ist ein Greicher anscheinend. Ja. Dann mach ein Kai Kai. Das um Kai Kai mir Kai zu machen. Ja. Ich guck gerade. Ich meine es waren nämlich zwei wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ich mach da. Und da. Schöne den Pad ausmachen. Schöne. Der guckt genau in meine Richtung. Ja. Warte ich komm gleich. 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 das ist ja man zwei habs hast du gemacht ohne dass er amt gibt ja respekt vor uns ist einer wir müssen den feiner hier ist auch da hinten das war anders vor uns machen was so ist eine gesendung durchzugen kannst du das ist das ist das ist das immer nur inneren innen durchzugen kann hier oben ist einer rechts wach du geh hoch, ich mach einen kite, ich mach einen kite, versuch nur hoch zu gehen auf den turm jetzt lass uns das zu machen inzwischen schon ab, im nächsten, wenn man das genau her kann so, wie komm ich jetzt hier rein ach, ist ja einfach rein so, ich geh erst mal hoch ich versuch hier alles unten jo moin pauli ich dachte, du durchsuchen kannst so, was soll man denn da sehen wir gar nicht das spiel das ist mein immer so negativer punkt an einem spiel mhm, ich weiß was dass ich dann immer auch mal kurz sagen was suchen kann so, warte mal, hier kann ich wieder was durchsuchen das durchsuche ich erst mal und dann gucke ich mich um das ist so großartig ich suche hier, ich hole noch was ich suche hier, ich hole noch was ich suche hier, ich hole noch was und rein sooo Verlassener Tank war... Oh Gott! Das sind ne Menge jetzt. Was? Oh, was war das? Solchenherz. Das haben wir da. Da sind noch ein paar. Okay, ich hab alles überprüft. Komm her, mein Freund, die schnapp ich mir. Hier ist ein Militär-Checkpoint. Ich markier den mal. Wie markier ich den hier? Nach Karte wahrscheinlich. Ach, auf der Karte. Ja, auf der Karte nur. In welche Richtung guck ich? In die Richtung guck ich. Da. So. Müsstest du jetzt auch sehen, ne? Ja. Da hinten schnappen. Gut, ich komm runter. Ja. Ich sagte, ich komm runter. Ja, ich tue noch was. Irgendwohl. Ja. Holli. Äh, wir brauchen jetzt n' Packsack mit Materialien. Ich habe nur eh mit Munition oder mit Lebensmittel und Nischen. So, ich kann du den Außenposten beanspruchen. Machen wir auch gleich mal. Bedingungen nicht erfüllt, okay. Also geht das noch nicht. Warst du schon hier drinnen? Warst du schon hier drinnen? So, hier war ein Sack mit haltbaren Lebensmitteln. Ja, das sind ja abgeschafft worden abgedeckt, weil ich habe eben mit Munition mitgenommen. Achso. Hm. Hier kannst du noch was holen irgendwo. Ist noch mal was von dir markiert. Hier. Hier sind noch zwei Sachen für dich. Äh. Ich habe ein Zombie gehört. Ja, ja. Ich habe ihn schön. Ich habe ihn schön. Gut. Jawohl. Was? Hallo, ich würde ihn gerne nehmen. Wieso? Das hat nur ein Eindruck. Du müsst den anderen ablegen. Ja, ich merke es. Äh. Legen wir den ab. Und nehmen den hier mit. Hast du vorhin? Äh. Mit Materialien. Wir müssen jetzt ins Lager. Oh, ich will noch schnell hier reinkippen. Oh, eine Axt. Sehr schön. So. Da kann ich auch mal hier noch. Hier, hier im Auto. Jetzt kannst du auch noch mal looten. Guck mal rum. Ich bin eigentlich voll. Oh, ich gucke mal. Ich bin einfach zum Nenstfall. Äh, Zombie direkt vorm Auto. Ich bin gesehen. Es sind aber zwei hier. Oh, ne. Oh, ne. Ein Flunk. Komm wieder auf dem Kamera. Es ist ein Kreicher. Es ist ein Kreicher. Es ist ein Kreicher, aber gar nicht. Oh. Es war einer. Dann würde ich sagen, abmarsch nach Hause. Machs nicht aus. Gehockt haben müssen wir uns nicht, weil ich schon hören kann. Ich bin auch gehockt. Okay. Oh, links ist irgendwo ein Zombie bei dir. Wow. Wow. Es ist gepackt. Pass doch schon die Fränze an. Kann man die Tür aber nicht so zu machen? RANZ! Immer zugeworfen. So. Hier jetzt ins Lime, ne? Nein! Ah! So. Schließfach. Den Cocktail kann ich rein machen. Die Axt. Das. Das. Dann haben wir noch ein bisschen Muni. So. Jawoll, ich könnte auch Rückzock in der Mitte hier. Haha. Was? Größerer Rucksack? Wo hast du den denn her? Hab ich jetzt gefunden vorhin schon. Den hat er schon vorhin anscheinend noch mit. Hast du ein Glück? Ich bin auch ein größerer Rucksack. Ich hab ein 7er jetzt schon ein 6er. Wow! So. Beginne mit dem Bau einer Krankenstation. Wo mach ich das denn? Ich glaube auch hier im Lager, ne? Nein. Anlage verbessern. Die brauchst du hier draußen, hier hinten. Wo hast du die? Hier draußen, wo ich bin. Ah ok. Wo hast du die? Ahhhh. Ahhhh. Wo hat die Oma angezeigt alles eigentlich? Ich muss gucken, wie man unsere Vorräte aufstocken kann. wie wir das machen. So. Achso. Hilferuf? Verwendet die online? Nein. Das will ich nicht. Steckst du fest? Ok. Ah ok. Gut. Interagieren mit allen Anlagen in der Basis. Mit Y. Ah ok. Das ist das. Alles klar. Warte mal. Optional. Durchsuche nahegelegene Stellen nach Vorräten, bis die Krankenstation gebaut ist. Ja. Dann können wir das doch jetzt machen, ne? Man kann hier erstmal ganz kurz her. Und noch einmal hier aufschüben. Das kann ich nicht hinzumachen nur. So. Müll wird entfernt. Super. Dann gehen wir mal hier zur Militärbasis. Wow. Ja ey. Ich wollte erstmal sagen, dass wir hier... Guck mal hier. Wenn du jetzt nicht guckst, ne? Auf der Kotte. Wo Militärbasis ist in die andere Richtung. Ne? Ja. Es ist... Äh. Merke. Beute sind da. Ja. Hier hinten. Und dann gehen wir hoch um... Wo mir... Wo mir her kam. Und was wir das alles daraus suchen. Erstmal die ganzen Gebäude. Hier hinten und alles wo mir her kam. Ach. Da kam er her. Jetzt hast du Licht an. Ja. Mit Gründ. Weil ich sehe ja gar nichts. Och. Ich kann so 2-3 Meter weit sehen. Das ist kein Problem. Wann doch. Tja. Friss! Den fuck is. Ich. Hase! Ja ja, ich brauch nie Pause. Man uns um müde mein Charakter. Gibt es mir Deckung? Ich versuche. Was haben wir hier? Dosenbombe und ähm, oder? Ich tapp Treibstoff ab. Okay. Ne, was ist das hier? Behälter mit Chemikalien gefunden. Für die Herstellung oder Aufbewahrung auch noch eine nützliche Instanzive zum Bauen von Milchen und Verarbeitung. Kann ich den auch zerschrotten, den Rucksack? Nee. Was kannst du machen? Den Rucksack zerschrotten, den ich gefunden habe. Keine Ahnung. Jetzt können wir hier die Garage stoppen. Wenn es grau ist, ne? Wenn es grau ist, ist... Ja, hier hinten ist ja noch eine Weite, wo ich das hingehörse. Schau was. Ja. Wo geht's hier rein? Eine Tür, am besten. Ich leuchte mal kurz rein und gucke. Ich gehe rein, sich ab. Okay. Sieht gut aus. Achtung, macht laut! Muss das sein. Wo ist er noch hier? Ja, draußen! Machen kalt. Jeder reinkommt. Weil hier kann ich nur durchzug anscheinend den Gebäude. Alles ist nicht alles blaue. Oh, was ist das denn? Ja, ich habe einfach mal mein, äh... Rohalkohol. Weil wie zu mixen als auch definizierten Lezin. Ah, hier kann ich was durchsuchen. Ich mache immer Sachen schnell und langsame Untersuchungen. Noch schnell mache ich nie. Da findest wenigstens alles. Oh, was ist das denn? Das ist immer. Chemische Reinigungsmittel. Okay, nehmen wir mal mit. Oh, Munition. Wie die häufige Munition mit Patronen. Küche ist sauber. Ich habe nur noch zwei Stellplätze frei, ey. Aber ich habe eine Munition und noch eine Waffe gefunden. Hier ist noch was, wo ich gerade bin. Hier ist noch blau. Ja. Haben wir schon gesehen. Vor uns. Da hinten ist noch was blau. Ja. Ich durchsuche gerade... Oh, der hat eine Xbox stehen. Was? Moment. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Nichts gefunden. Eine Xbox. Ja geil. Das Spiel gefällt mir. Oh, warte mal. Dann kann ich... Ähm. Wie war das? So... Und... So. Screenshot. Jetzt rennt er weg! Oh, sorry. Es ist das Licht weg! Oh, du! Oh! Jetzt habe ich hier das Licht drauf. Mann! Jetzt hat er es gemacht. Xbox. Geil! Ha! Eine Xbox ist Day of the Gate 2. Du musst aber posten. Ah, okay. Oh, hier. Was denn hier? Munition für 5... Äh... Magnum. BBH-Patron. Apropos, äh... Munition. Was brauchst du denn für welche für dein Gewehr? Ähm... Watzen, Verbindendreich, Unterstützung, Maschine, das... Äh... 7,6er. Ach, scheiße. Ich habe 5,56er. Warte, hast du 5,56er? Ja. Ähm... Ja, ich habe jetzt 2 Waffen. Ich habe noch eine Waffe gekriegt. Die waren auch weg. Ähm... Gissen mit Samen brauche ich nicht. Das kann man dorthin räumen. Und... So, jetzt bin ich aber auch voll. Jetzt ist mein Rucksack auch voll bei mir. Jupp, ich auch. Also zurück. Und dann ist das nächste Gebäude. Wir machen erstmal alle Gebäude. Nicht aus. Ich bin komplett voll. Ich kann nichts mehr nehmen. Ich auch nicht. Und danach wegschaffen. Alles... Einer war gut. Warte, ich markiere das Maß so. Da waren wir gerade zuletzt. Ach ne, hier vorne ist ein Kreischer. Wie siehst du dich hier mit den roten Augen? Finde ich geil. Ja. Kriegst ihn ja, ne? Welchen von den Zween? Komm. Na komm. Du bist dran. Achtung! Wo noch in den Ecken? Ja, das haben wir jetzt nicht gesehen. Wir kriechen nur, wenn welche kommen. Oh, komm mal hier. Komm mal hier. Hallo. Snooki. Wie geht's denn dir? Hallo. Hallo. So. Äh, hol Vorräte aus da, da. Das wird gelassen. Ähm. Du kannst hier ewig auf dem Bus fahren. Ist doch ein Bruch. Was? Der ist tot, ne? Ja. Aua, das geht. Die bleiben nicht. Ey. Ups. Falschen Knopf gedrückt. So. 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 Alter, mach's mal zu. Ne, werd ich nicht machen. So. 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 Ähm. Lagern, 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 lagern. So, jetzt bin ich komplett frei wieder. Ja. Ja. Und ich nehme nicht ganz, aber gleich. Warte mal. Gäm ja, als hast du alles mit dem Lahrung, aber als kannst du alles zugreifen. Auf alles hast du. Dann kannst du ein U auf, ähm, warte, ich sag's, was ich gefunden hab, äh, Fernwaffe, Pistole. Nein. Und auf. Nein. Ich hab, äh, doch, Fernwaffe, Pistole hab ich und dann nur noch, ähm, Patronen. Ja, aber ja. Im ersten musst du ein 6er Rucksack noch haben. Dann ein 90 Patronen und, äh, sagen wir mal, 6 Tüten, äh, Snacks. Gucken wir mal da hier. Nein. Mein Ersten, mein Einergegenständnis. Nein, nein, hab ich nicht. Also, sag ich mal, hey, Gemeinschaftsschließfach ist es doch hier. Hast du Benzin, sag mal, zweimal Benzin zum Beispiel bei dir drinnen? Nein. 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 Okay. Wie schön, dass du das wieder durchsetzen kannst, oder? Mit RS und LS. Mit L, L, B und RB. Mach ich. Ich hab kein Benzin mehr. Hm. Was ist Benzin? Nutzbar. Fahrzeug tanken. Ja. Nein. Okay, cool. Das ist aber scheiße, weil eigentlich ist das Gemeinschaftsschließfach hier. Bei mir steht da nichts für die Gemeinschaft. Bei mir steht nur Schließfach öffnen. Das ist das, wenn jemand mit anderen spielst. Im Schließfach drinnen bist. Wenn du im Schließfach drinnen bist. Wenn du im Schließfach drinnen bist, dann ist die Gemeinschaftsschließfach. Wenn sie bei mir im Schließfach öffnen da. Stimmt. Was hab ich drinnen? Ähm. Viermal Tüte mit Snacks. Fernkampf Pistole. Warte mal. Du bist irgendwie. Wir fahren bei Snacks. Viermal Snacks. Alle Gegenstände. Alle Gegenstände. Stände. Bin ich. Achso. Viermal Snacks. Pistole. Zweimal Flasche mit schwachen Schmerzmitteln. Teil eine. Vier Schaltkreisteile. Flasche mit Schmerzmitteln zwei. Holzschläger. 44 Ersatzteile. Ein Toolkit. Molotow Cocktails zwei. 22er Patron. Hab ich 28. Dann ein Montierhebel. Eine Zimmerbeil. 5,56 Millimeter Patron. Du brauchst 5,5er brauchst du noch? Nein, nein. Die hab ich. Was ich für welche brauche sind? Äh. Achter waren es glaube ich. Ja. Für die Pistole halt. Für die normale. Das sind eigentlich 5,5er normal. Äh. 45er. Sorry. Sind das. Oder? Kannst du in der Küche was aufbauen? Ob du in der Küche was aufbauen kannst? Wegen Lebensmitteln. Ah ne. 22er Patron sind das. Sorry. 22er. Für die Pistole. Für die Pistole. Wir geraten in der Küche. Nee, hier muss ich sowas bei dir bauen. Ob das schon geht mit mir in der Küche. Ähh. Küche ist hier? Küche benutzen. Ähm. Wir müssen gucken wie das geht, das weiß ich noch nicht genau. Wir brauchen ein Namesmittel, auf alle Fälle brauchen wir ein Namesmittel, müssen wir finden. Ne, äh, noch nicht wirklich. Produziert 1-3 Kisten mit Samenkosten, 3 Dinger, das will ich jetzt nicht machen. Äh, Rationierung verordnen will ich jetzt auch nicht machen. Gegenstände herstellen. Brauche ich jetzt auch nicht, wir haben jetzt eh wenig Nahrung. Also sollten wir jetzt weiter suchen erstmal. Ah nein, jetzt nicht was wir machen können. Du hast vor uns kein Gewehr gehabt, ne? Nee. Ich denke, ich werde jetzt mal abreden. Ich gucke wo es ist. Ja, guck mal ob du jetzt bei der, wo die Pistole ist, in Gewehrzimmer ist, zum rausnehmen. Nein! 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 Gut, das ist schade. Ich dachte mal, wir können, ja gut, dann hat jeder für sich, das ist ein bisschen scheiße. Weil... Ja, aber so kann es, äh, kann auch kein Fremder dir deine Sachen wegnehmen einfach. Ist auch okay. Ja, aber wenn du hier gemeinsam nicht Sachen brauchst, manchmal... Ja. Dann kannst du nicht. Dann muss es echt immer trocken, wird er. Wenn es übel wird. Dann kann es so sein, wenn du das hier für dein Geld hast. Wollen wir erstmal das Optional machen, äh, hole Vorräte aus vorigelassenen Fahrzeugen. Ja, aber da ist da. Will ich noch machen, bevor es da geht. Da... Aber wenn wir hier erst mal anbauen, dann kann der nebenbei wachsen, oder so schon mal, hier außen im Feld, wo die Krankheit schon war. Weil kann man ja auch Nahrung selber lezieren, damit wir uns dann um kümmern müssen mit, um Nahrung zu finden. Weil wenn wir nicht wieder finden, sterben die ja. Die Moral geht ja ganz, ganz schnell runter. Innerhalb von dem Tag kann man sich komplett in den Arsch gehen hier. Warte, ähm... Was du hier bauen kannst? Außenbetten bauen, nein, äh, da, warte mal. Ressourcenproduktion, ein Garten, da brauchen wir 5 Ziegelsteine. Okay. Irgendwo hier noch was zu bauen? Ja, hier ist irgendwas außen, ne? Da kann ich alles mögliche bauen deswegen, aber äh, da brauchen wir echt Ziegelsteine und so. Ah gut, dann gehen wir jetzt zum Auto. Ah gar nicht, ich glaub jetzt machen wir morgen, weil wir ein bisschen schlafen, weil ich meine auch, meine, 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 die Mühe. Okay, dann gehen wir, ähh... Ach, lag mir. So, wo haben wir denn überhaupt Betten? Unten. Echt? Mist. Komm, schlafen, wie geht denn das? Warte mal, hier war Betten ansehen gerade. Da, Betten ansehen, Aktionen, Charakter wechseln. Heavy Betten ansehen. Wer hat das gemacht? Davor stehen und Betten ansehen. Bei mir nicht. Ich kann nur sprechen mit den Typen. Aber wie man hier schlafen kann? Bei mir ist nämlich jetzt nicht ein Z-Zeichen, dass er müde wird. Jaja, sehe ich auch. Ich wusste jetzt auch gerne, wie das geht. Betten ansehen. Passiv, vier Betten. Lass jemand anderes übernehmen. Wechsel zu einem anderen Überleben, damit dieser Gesundheit renergiert und sich ver... Ach so! Wie machst du das? Du gehst aufs Bett, drückst Y, also Betten ansehen und dann auf Charakter wechseln. Ich kann die nicht ansehen, wie darf ich den noch? Ich kann die Bett nicht ansehen. Das ist ja komisch. Hey, Migo. Guckst du auch auf das leere Bett? Ja. Also auf die leere Hälfte? Okay, hier kann ich es auch nicht ansehen, von der Seite. Hier von der Seite kann ich es ansehen. Ich kann ja nur sprechen mit den Typen. Das war's. Geh mal ein Stück zurück. Komm mal dahin, wo ich stehe. Und guck mal in die Richtung zum Bett. Also da, wo du quasi geguckt hast. In das andere Bett. Das ist ja komisch. Okay. Das finde ich scheiße. Ich hab' ich Bäh gehabt. Da muss ich nicht gucken. Da gibt es um, da gibt es nicht um. Hey, buddy. No, where I can score some cure. Bin gleich wieder da. Ich muss nochmal auf die Leiterin rum, um mal kurz was zu futtern. Okay. 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 That does not mean. Okay. Hey! Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Don't worry. I'm not contagious. Yet. I'm not good. I'm not good. I'm not good. I'm not good. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich komme einfach mal zu dir. Ich komme zurück. Ich hole dir fix. Die hole ich jetzt. Oh Gott, du bist ja wirklich so. Ich kann nicht gern auftanken. Ich kann nicht gern anbinden. Wir haben den Zombie bei uns im Haus. Den Zombie habe ich doch weggemacht gerade. Nein, nein, gelaufen gerade. Mal gucken, aber es geht es ja immer um. Interessant raus zu finden, ob es funktioniert. Sack mit Speiseöl haben wir und Benzinkanister. Sehr schön. Ja, warte, ich stand auf. Ich habe zwei mitgenommen. Jetzt brauchen wir hier noch ein Auto. Ich hole es. Ich hole es. Ich komme jetzt ums Looten. Ich komme jetzt mit dem Auto. Hier ist jetzt alles so weit geloot. Nein, die Samen noch. Ich hole es auch. Versuch, dann kannst du dein Außenposten dort irgendwie aufbauen. In den Lamsmitteln. Wo wir jetzt haben. Das sind Außenposten für Lamsmittel. Ich habe mich hier mal ins Küchen. So, den Außenposten hier kann ich nicht beanspruchen, leider. Noch nicht. Fenster, Ressourcen oder so. Scheiß Punkte, wenn uns da. Okay, jetzt muss ich mal ganz gut wie das Gehirn auf tanken. Ah. Okay, wir müssen nur an den Tank gehen und dann kannst du auffüllen. Oh, nicht schlecht. Ich bringe unser Auto runter. Jo. Ich bin bei dem Haus, wo wir vorne drin waren und looted das ein bisschen noch. Also die Umgebung jedenfalls. Aus dem zurückgelassenen Fahrzeug, ja. Das müssen wir jetzt holen, das was, wo wir gestartet sind. Ja, ich hole es. Ich gehe erstmal noch mal in das Klone, aber in die Klone, wo wir drin sind. Wir suchen hier. Wir haben hier aber irgendwo an. Hier haben wir nochmal einen Sack mit Speiseöl. Bringt mir aber in dem Fall gar nichts. Nee, hier oben ist nichts mehr. Gut. Halb voll ist ein Tank geworden. Sehr gut. Aber hier drin ist auch nichts mehr. Wo bist du? Ich komme zur Straße. Wann, ich komme zu dir. Habe ich gefunden. Ja, ich sehe dich schon. Ja, da haben wir es sehr schön. Und jetzt, äh, durchsuche den Kofferraum des SUVs. Nein, hier hinten, hier hinten. Warte, warte, warte. Warte mal, ich war hier. Ich war hier hinten geformt. Ah, da ist Hamza, Hamza. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein, ich war hier hinten geformt. Ich muss den Kofferraum kurz durchsuchen. Moment. Okay, mit Konserven, sehr schön. Das sind Konserven drin. Also, dass ich hier hinten weiß, wenn ich einen zack- Warte mal. Aber jetzt habe ich eine Party fertig, in der interested laboratoriesrechte. Genau, bis ich alles gleich induction kann. Ob das hier ein Tank ist. Aua Ja, ich hab hier auch grad zu kämpfen Ich wollte grad zu dir, dann wurde ich von hinten angegriffen Besser Und das ist nicht der Tank Das ist Speiseöl Ich kann nicht durchzugreifen Wir fahren aber nur auf sehr reiten Fandenschnecken vor mir, dann laufen wir überall hin Sauber Kannst du aus dem Kofferraum? Ah, ne, du bist auch voll, ne? Ich kann den Kofferraum öffnen Ähm, Moment, kann ich dann holen? Kann man auch jetzt holen? Das Auto ist auch hier Ja Und jetzt muss ich gleich den Typen reinbringen, sonst war's das mit dem Aber erstmal will ich hier alles Mit dein Aufbrechen Kofferraum durchsuchen Ich lass den mal auf, so nett bin ich Kann man das mal auflassen Kann man das mal auflassen? Ich mach jetzt mal auf der Rine zu Wir fahren uns mal zwei Mal zu, wo ich nicht bin, nein, jetzt groß bin So, jetzt guck ich mal hier Kannst du hier räumen? Ne, kann ich nicht hinräumen, das muss ich hier Okay Ähm, aufbrechen, ablegen Ah, okay Dann muss ich das immer machen Gut zu wissen So, jetzt helfe ich dem Typen Wir haben jetzt mehr Lebensmittel Ne, wir haben nur ein Lebensmittel, wir brauchen mehr Lebensmittel Wir haben 13 Lebensmittel Für mich ist nur eins da Okay Lebensmittelfahrt, sehr gering Bei mir Okay Das ist komisch Ja Sehr schön So, Blutseuche wird jetzt auch behoben Hm Das ist, wenn wir unsere Verkaufung von Meden von rausgehen können Hallo, ich sehe, Sie sind meine neue Nachbarn Können Sie einen von Ihnen kommen, um mir zu helfen, mit etwas zu helfen? Wer das ist, sie wahrscheinlich wissen viel über diese Umgebung Wir können einen Freund wie das See, wenn sie uns helfen können, um mehr Meden zu finden Wir brauchen immer noch, ähm Wir brauchen immer noch, ähm 5 Ziegel Dann kann ich nicht machen, ich mache gleich Schluss Ich muss morgen wieder, ich muss vier Uhr aufstehen Ich kann den Dienstag ein, aber da weiterspielen Ich weiß nicht, wie ich mich hier generieren kann, das ist so komisch Das ist wirklich Das ist scheiße gemacht, also das ist ein fetter Minuspunkt Weil, ähm, ich kann keine wegsehen, Spieler Ich kann nicht, äh, zugreifen auf mein Lebensmittel Ich sterbe, ich sterbe, ich bin nicht tot Anscheinend, dann muss ich mich selber sorgen Aber da brauchen wir auch keinen Kupon dazu machen Da können Sie es weglassen Ja Wenn Sie die Hände zu zweit rumfassen, damit ihr hier Oh Gott, ich kann es blöd damit leiden Das ist echt blöd gemacht So, triff dich mit der neuen Nachbarin Pupi beim Haus mit Rutscher Ja, es ist aber markiert Ja Das sind Torge, die nicht nur alleine zu dürfen Von daher sind wir alleine zu dürfen, oder? Irgendwann Ja, kann ich die ganze Zeit noch suchen, oder? Ach, tatsächlich, lange habe ich gar nicht gesehen Und was möchte ich jetzt drinnen? Hm, Waffenüberreste, Ersatzteile, Schaltkreise Ach man Hier ist der Kofferraum, warte, den durchsuche ich jetzt auch noch Okay, das wurde bei mir nicht angezeigt Ich bin hier oben am Haus Ich gehe erstmal in die Garage Ich bin hier oben am Haus Ich gehe erstmal in die Garage Mit der alten Warte mal, äh, Außenposten beanspruchen kann ich immer noch nicht Ja, hallo Ja, hallo Okay, ich nehme dich Geil Ghetto Blaster Ja Befinden Mhm Brauchen wir unbedingt Guck mal, ob du das öffnen kannst, jetzt hier, hier ist noch eine Machete drinnen Nein Wenn ich's öffnen, du kannst noch immer mal Der ist nichts mehr zum Öffnen für mich Der ist nicht 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 Ja, ich bin Und so, ich gehe jetzt mal zu dieser Puppi Hallo Meine Außenposten ist gleich komplett weg Ich habe ihn genauso mehr Gar nicht mehr Ich kann jetzt 2 Meter rennen Und dann wirst du das Dann bin ich So Puppi holt Medizin Woah Bei einem Ja, ich bin Ich bin Einmal Oh Okay So darf ich jetzt mit der kurz sprechen? Keine Ahnung So ich brauche hier irgendwo Munition Hier sind genug Sachen zum Durchsuchen Ja da Besorge bei Puppi Munition für deine Schusswaffe Da ist noch was zum Durchsuchen Bei Microsoft Wo hast denn das gelesen? Was habe ich da? Achso die Xbox Och ja man Wow Sorry Splatter Manchmal bin ich so doof wie ein Was weiß ich So wir müssen jetzt irgendwie Infektionsherd Ach der ist hinter uns irgendwo Ich kann nicht mal so schnell Ich kann gar nicht mal rennen Das ist echt blöd gemacht Ich geh mal hier oben lang Hi Hey 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 Ah, das war. Ich bin ein B-B-B-E-G-T-A-R-E-S-N-O-B. Oh, hier ist ein Greicher irgendwo, also Vorsicht! Okay, die hat mich auch gesehen. Ja, ist hier drinnen, der Greicher. Bereit? Scheiße! Lass sie brennen, lass sie brennen! Weg zu gehen! Wir machen hier mal zu. Oh! Ich kann eh nichts mehr nennen. Wir suchen jetzt einfach mal. Typisch Arcani halt, ja! Oh Gott! Äh, scheiße! Was schmeiße ich denn jetzt weg? Hier, Ersatzteile erstmal weg. Medizin nehmen wir mit. Hier ist noch was blaues. Ja, okay. Okay. Oh! Äh... Okay, was schmeiße ich jetzt weg? Ja, ja. Hier, Benzinkern ist da erstmal weg. Ja, genau da. Ah, Splatter, du kennst mich ja, so bin ich nun mal. Ah, gut. Hier gibt's noch Ethanol. Und hier mit der Dame sprechen wir auch gleich mal. Und hier mit der Dame sprechen wir auch gleich mal. Blutplague? Ja, ich habe Freunde damit auch verloren. Du solltest wissen, dass Medizin einfach das Inevitable verlässt. Ich bin sorry. Nein, das ist okay. Wir wissen, wie zu curern. Wir müssen nur diesen Mann leben bleiben, bis wir die Cure machen können. Du hast eine Cure für Blutplague? Verdammt, ich wünsche mir, dass ich euch Leute ein paar Monate vorher kennengelernt habe. Einige meiner Freunde könnten immer noch sein. Wir haben noch nicht die Cure auf der Hand. Wir brauchen noch ein weiteres Ingeniein, bevor wir ihn machen können. Was musst du? Vielleicht kann ich mir helfen. Das ist verrückt. Aber wir brauchen Tissue Samples von Blutplaguezombien. Der Dok hat ein paar Samples von ihrer Lab, zurück in der Refugee Camp. Aber sie sagt, wir brauchen mehr. Also, du brauchst Blutplaguezombien, hm? Ich kann dich in die richtige Richtung. Bye, stay safe. Ah, da ist noch ein Container. Den muss ich noch durchsuchen, dann habe ich hier alles durchsucht. Ja, ich habe hier alles durchsucht. Ich kann nicht alles mitnehmen. Ich muss ja schon eine Sache so ablegen und... Mhm. So, wir können dann auch zurück so langsam. Ja, hier ist noch mehr, ne? Ja, ich weiß aber. Ich bin auch voll. Voller geht gar nicht. Ja, ich muss mal gucken, was ich mitnehmen tue. Vorsicht bei dir. Um das Eck ist ein Kreischer. Ich versuche ihn wegzumachen. Nein! Seuchenprobe. Ich habe eine Seuchenprobe gefunden. Die muss ich mitnehmen. So. Seuchenprobe musste ich mitnehmen. Ne, dann kann ich nicht. Ich mache jetzt Urschluss. Ich habe es noch lange mitzücken. Dann mache ich das. Gut. Ähm... Da muss ich mal lang. Ja, hier hoch. Mal hinten hoch. Okay. Mhm. Ach ja, da ist es raus. Ich habe nicht gesehen. Mal, wir haben schon einen Elfer. Oh. 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 habe ich schon das ist mal die schnellste quest überhaupt und jetzt darf es in meinen schließfach legen wo es gerade herausgeholt habe so jetzt das heilmittel herstellen hallo maybe for the last fucking time ich wusste ich sollte Nein. Funk. Nein. Nein. So, jetzt heil ich den Typen. Naja, ich mach den raus, da kann ich nicht spenden. Jetzt müssen wir raus hier, wenn wir uns verlassen. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier. Danke. Allzu lange mach ich auch nicht mehr. Du musst dir keinen Kanzel mehr erklären, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall ist dir noch ein Weg, wie das geht. Ja. Guten Nachts, geil. Ja, mein hört sich. Ja. 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 naja. Ja. Ja. Doch, ja. Ja. Intensiv- autor gitti Hm. So. Ach Puppi, folgt mir jetzt. Oh! Hm. Um. Hm. 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 Aber wie ich das durchzoomen kann, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viel wir bereits haben. Ich habe das geschafft. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir? Näh? Sooo... We better not let that screamer out. I will put it in. We better not let that screamer. Zoom. 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 War das nicht RT und X? Doch. Uh. so ach RT so und hier ist jetzt der Blutherd wow 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 these empty towns always creep me out hey I have a proposal for you let's go so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 One more in Germany. Damn, they're hurting this thing! It's done. The plague bars destroyed. That's great fucking news. I feel safer already. Uh. Let's go home. Oi, 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 oi. Here's a piece of friendly advice. Be careful who you tell about that cure you have. Some people out here might try to take it from you. Oh, fuck. Äh, ich will ja noch mal ein bisschen rumlooten. Obwohl, ich bin schon ziemlich fertig. Ich geh erstmal nach Hause. Ich würd sagen, dann war's das auch erstmal für heute nach. Nur zwei Stunden. So, nach Hause gehen wir noch. Und dann war's das auch erstmal. Mal. Ich geh zum Tangly vergessen mal served. Tschüss. Oh. Was ist das? Ich bin echt am Ende. Was die Ausdauer auch betrifft. Also passt. Wackelt und hat Luft. Wir haben den Seuchenherd jetzt bekämpft. Und gut ist. Home, sweet home. Come find me when you have a set. Und komm rein, Mädel. Und immer Tür hinter dir zu machen. Hmm. we'll it's not much but it's home for now anyway as my first contribution to the team I advise you to start thinking about the long term Mit der richtigen Liederschaft, dieser Gruppe könnte etwas Besonderes sein. Oh, eine weitere Sache. Meine letzte Gemeinde hatte diese Besonderes Radios, die auch senden Text-Messages. Jemand kam ein bisschen vor, passend sie raus. Du solltest sie jetzt haben. Das ist was meine Freunde würden. Hey, da. Wie geht's das? Jaja, ich habe keine Ausdauer mehr. So, Jeremy ist noch am Ende. We need some fucking ammo around here. We need some fucking ammo around here. I just dropped off some shit I found while I was out. So. 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 So Ich würde sagen, das war es jetzt auch vom Stream Vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht So oder so ähnlich Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen Wir sehen uns dann entweder morgen spätestens, übermorgen Macht's gut So Ich wünsche euch ein bisschen Ich wünsche euch ein bisschen Ich wünsche euch ein bisschen Mmh Zoom Geil Du hast gesagt, du willst heute was anderes spielen Hab ja gesagt, dass ich erst abends kann, wenn Okay, cool Das ist schön Ähm, gut Ja Oh, das ist schön Ich hab noch gar nichts Moin, ich weiß von dem Spiel rein gar nichts Ich hab mich nicht spoilern lassen Ähm, die Mitte war ganz gut Ähm, Mitte war ganz gut Alles klar bei diesem Splatter? Ja, genau So Ich möchte so schauen, wie das geht, wie das geht, wie das gemeinsam machen Wie das gemeinsam geht Also ich muss erst mal, ähm Ich glaube, ich muss dich einfach nur einladen, dann. Du musst einfach nur alleine spielen, ja. So, ich muss nur noch hier was ändern, Moment, ähm. Spiel, es ist, ich mag eigentlich keine Zimpli-Spiele noch. Lull und gar nicht. Das hat was. Wenn das Ding noch eine Ego-Perspektive wäre, dann ist das noch geiler. Aber das heißt First Person, das kann ich dir da verraten. Das ist eine liquidative Ehrung. Ich habe mal meinen Fehler gefunden, ne, mit dem Game Pass. Das ist schön. Ich habe das nicht bei Game Pass eingegamt, sondern bei normalen Microsoft Store. Ich habe die Zähne auch vom Store gekriegt und nicht vom Game Pass. Ich habe mich mit meinem Game Pass holen und mir das bei dem Game Pass eingegamt, ne, cool. Okay, äh, Splatter, was habe ich denn falsch gemacht? Alles. Ne, äh. Ah. So, du bist jetzt übrigens auch in der Liste von den Followern des Monats Splatter, ne? Ich habe es endlich mal geschafft. Jagd statt Jagd. Ah, verdammt. Ah ja, ich sehe es. So, hier, neue Gemeinschaft. Überleben an der Grenze. Überleben an der Grenze. Meist ziemlich gute Kletterer. Solltet ihr einen Weg um ein Hindernis nicht zusagen, versuch einfach drüber zu klettern. Wow. Das ist der Tipp schlechthin. Ich sehe meinen Fehler nur irgendwie nicht. Was für ein Fehler, den du gemacht hast? Und jetzt, äh, auf zur Dhombi Jagd. Hm. Äh, Jagd? Schreibt man nicht Jagd mit DT? Nein, nur mit... J.A.G.T. Jagd. Auch mit T, ja? Ja. Mit T. Mit T. Ich möchte... Jagd ist was anderes. Ist ja vielleicht gut gemeint, aber ist was anderes. Ich nehme mal die... Juhu! Du... Du bist ein dicker Schwein, komm her, du stirbst es, ganz fein! Ich gehst du... Ja, ähm... Ich muss mich gestorben. Boah! Stuck du was! So, warte mal, äh... Einstellungen... Mehr Spieler... Nur Freunde... Ja, nur Freunde, das habe ich so gemacht. So... Boah, ich schreck mich nicht so... Warte mal, Gäste... Kann... Kann ich dich jetzt einladen? Nein, Party zum Spiel einladen geht noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal die Mission hier machen, anscheinend. Ich muss den Assessori spielen. Ich kann dich einladen. So lannst du das mal jetzt kennen. Ja. Dann zieh mich an deinen. Äh... Okay... Nehmen... Verband haben wir jetzt benutzt. Verband haben wir jetzt benutzt. Wo ist denn der Typ? Sprich mit tiefer Schnitt. Ah, okay... Schnell durchsuchen ist auch nicht immer gut. Immer langsam machen. Immer langsam durchsuchen. So... Hier kann ich auch durchsuchen. So... So... Auf zur Seite klacken. Tim. Miss. Aber jetzt bin ich hier im... Samma. foolish. Du, ich wollte... philosophischenaldlust. Ein bisschen korrekt. , So. Ja, ich sehe ihn nicht so gut, okay, ciao. Ah, sehr schön. Eine neue Waffe. Sooo. Nehmen? Wow, nach all this time, these people still hope to find their loved ones. There's a thought. Waiting to make sure your friends are dead? I didn't leave you, man. We've been out with this. You only came back because you forgot your stash of food. Uh-oh, the food I selfishly shared with you? Right. There's something else. Sooo. Ich hab dich gehört. Lieber Zombie. Ähm, wo kommt ihr denn her? Ja. Ach, der ist schon tot. So, ich glaube hier ist jetzt nichts mehr, ne? Ne. Na dann wollen wir mal hier äh... Sylvian Services betreten. What is this place? Ah, central booking? Kann ich die Tür auch wieder zumachen? Ja. Oh Gott, ich werd mich doch gleich sowas von verjagen. Hallo, kann ich ihnen auch helfen? Ja, danke. Oh tschüss. Der stirbt doch gleich. So was haben wir denn hier? Hier ist mal gar nichts. Hallo? Hat mir nicht geredet? Okay man kann anscheinend gebissen werden ohne dass irgendwas passiert was Schlimmes. Ähm doch du verlierst ganze Gesundheit. Wenn du irgendeinen Scheiß und Medikamente fändest oder so mindestens keine Heile mit dem Erfinders um dich zu heilen. Okay so drauf. Da fährst du alles noch was du machen musst. Sprecher. So. Sooo. Okay, Medizin brauchen wir für den Typen. Sooo. Ach du Scheiße. Sooo. Ich spiel und ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Äh, Schütte, wie war das jetzt mit dem Verstohlenheitsmodus? So nicht. B. B gedrückt halten. Ihr seht mich nicht. Ich seh euch, ob ihr seht mich nicht. Ich mache Spielzeugen recht du aus. Äh, was bist du? Ein Schreier. Na toll. Okay. Ja, Schreier sind gefährlich. Können die keine Leiter hochgehen? Das wäre ja nett. Wie war das? Wir haben nicht in drei Tagen gegessen. Strategische Reaktionung. Der Brass hat den ganzen Op. Der Arme ist weg, mein Freund. Außer ein paar misgerolle Földe, die hier noch nicht können. Geräusche, Mann. Es ist wie mein verdammte Blut auf Feuer. Ich habe mich mit der Arme verkackt, das war der Film ab. So, kann ich dich jetzt einladen? Nein. Nein, noch nicht. Okay. So. Jetzt ist alles auf Englisch, ob es immer noch Rätsel ist. Manchmal verniesst du es schon so schnell. Um, hi? Okay. Okay. Oh. 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 Oh, toll. Ja. Ja. Da leben doch garantiert noch ein paar. Oh. 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 Oh, ich bin erstaunt, dass aktuell Polen einfach in der Grund-Faser rausgeflogen ist. Ja. Wer ist rausgeflogen? Polen. Aktuell. Polen? Raus? Bis? Ich hab's mir schon gedacht. So, Charlie. Es tut mir leid. I'm sorry. I hope you're in a better place now. Wie war's denn? Dude, I'm sorry. I know I'm a fuck-up. But please, don't let me go out like that. No way. Someone's got to come up with all our great plans. Thank you. I hope I never have to reply to you later. Hey, come over here for a minute. Uh, what's with the car? Uh... What's with the car? Okay, let's go to the city in the mountains. Ich sag, wir probieren es in der Stadt auf dem Plateau. Ah. Wir sollten uns die Stadt im... Äh, äh, äh... Lass uns mal deine Güte entscheiden. Wo die... wo sie... wo sie... wo sie... wo sie... Alle drei sind genau gleich ungefähr. Ja, dürft doch mal entscheiden, in welche äh... Stadt wir gehen. Also die im Vorgebirge? Die auf dem Plateau? Oder die im Tal? Mal sehen, wie viele das überhaupt sind. Wow, eigentlich nur Splatter, soweit ich sehe. Hä, Splatter, du entscheidest. Seitdem ist es noch ein Unbekannter, der schreibt hier da und dahin. Bin ich nicht sehr. Beides. Der kann aber ohne mich entscheiden. Wow, beides. Yay. Beides. Wenn nicht, entscheide ich. Okay, Vorgebirge. Bleib mich ein, ob es geht. Wenn, wenn es geht. Ich gucke immer noch... Ich gucke immer wieder, ob es geht. Geht noch nicht. Ich denke mal, dass wir in der Stadt ankommen müssen. Ich kann ihn grad auch nicht lenken. Der lenkt automatisch. Ich gucke sogar. Nee, kann es auch nicht. Das ist ne Zähne. Das ist ne äh... Singen-Katz-Zähne. State of Decay 2. Ein Halb. Verwende Schalter, um Lautstärke von Schüssen zu verringern und weniger Zombies anzulocken! Oh mein Gott, mit Schüssen lockt man Zombies an! ich habe ja aber erst mal verkackt am anfang ich habe ja Sitzung erstellt. Ja, dann drücke ich gleich mal kurz Pause. Und dann laden wir den Skull ein, wenn ich auf der Lette mal was dringend gemacht habe. Und dann geht es los. Wenn wir die Sequenz hier beendet haben. Ich muss mir erstmal gucken, wie es funktioniert genau. Ich glaube, ich werde das erste Mal verkacken ohne Ende. So, rein theoretisch. Ja, kann ich dich jetzt einladen. Spiel verlassen. Enden Hauptmenü und dann lasst mich einladen mich rein. Guck ich mal, ob ich jetzt die habe, die ich habe, oder ob ich eine neue kicke. Dann habe ich das andere Spiel, das denn du gewählt hast. Wenn ich weniger genommen hast. Welches Team. So, ich habe dich schon mal eingeladen. Bin gleich wieder da. Fünf Minuten Pause ungefähr. Ah, du hast... Okay, cool. Bis gleich. Du hast dasselbe genug wie ich. Ich wette es dir eigentlich sehen. Okay, bis gleich. Spannend. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 So ein schönes Ziel. Weiß es denn. Verstandort der auf der Kommandekarte markiert ist. Ah-hah. Sehr cool Ich brauche ein Neo Ich brauche ein Das ist okay! Das ist okay! Das ist okay! Gott, du... Jimmy! Juhu! Juhu! Juhu, Jimmy! Juhu! Wann kann man kann nicht bei dich machen? Ich fühle mich wie sch***. F***ing Plaguezombies. Apani, du musst dich beeilen, weil die Leute gehen gleich drauf. Was? Du musst dich schon beeilen, du musst dir schön Lämmchen mit dir essen finden, das wird jeden Tag verbraucht, ne? Komm hier, Horasma, ich bin hier oben auf den Turm. Turm, 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 wo ist hier ein Turm? Ja, nicht Turm, oder auf der Werbetafel, was das immer ist. Jo. Weil du die Gegend erkunden lernst. Ja, ich kann das erstmal hier durchsuchen. Ja, das kann ich nämlich nicht. Das gäbe zum Beispiel keine Wache, das musst du durchsuchen. Ehm, okay, Schaltkreis haben wir und Ersatzteile, sehr schön. Wenn du hier hochkommst, hier oben, ich erkläre das hier oben gleich, das wurde auch nicht unerklärt nochmal, aber ich erkläre das hier oben nochmal direkt. Du musst nur zielen, sonst hast du eine Waffe bestimmt jetzt irgendwo gefunden, eine Waffe gekriegt. Ja. Du ziehst einfach und damit, dann scannst du dann die Gebäude ab. Oh, die Waffe habe ich noch nicht. Ich habe bis jetzt nur die. Ja, ich habe einmal einen Typen genommen. Ich habe jetzt einen anderen Gang der genommen. Zum Beispiel, zieh aufs Haukel, ich bin ja auch der Typ hier. Gerade mal. Schau mal, wir sind Zwillinge. Stimmt. Also eigentlich dasselbe Prinzip wie State of Decay 1. Genau. Wir scannen jetzt hier erstmal, äh, nicht runter, erstmal alles abscannen hier, muss ich sagen. So, alle Orte überprüft. Ja, gut, das ist schön. Und jetzt, ähm, ist hier ein Ort markiert, siehst du ja, der orange ist. Ich markiere noch einmal. Ich habe mir jetzt einen Wegpunkt gesetzt für uns, wenn du hier hinten siehst du. Die zwei, da müssen wir hin. Das kann jetzt einfach zu uns sein. Ach doch, da, ja. Ist grün, äh, orange, nicht orange, blau markiert bei mir. Ja, weil ich da blaue Spieler bin. Wenn ich mal der Spieler blau ist, obwohl, das auch. So, dann gehen wir da hin, ne? Autsch. Ich wollte nicht runterspringen. Ja, ich habe ja hier Medizin. Ja, die wollte ich aufheben. Wir laufen hin, Akani. Ja, ja. Hast du noch Licht an? Ich glaube, du hast Licht an. Ne, ich bin das. Ups. Wir möchten schon ein bisschen weiter auseinander mit meiner Mama gehen. Wir müssen hier schon ein bisschen anderes zuschauen. Du mit deinem Zwillingsbruder greifst hier an, ey. Mach den hier unten. Immer dich um die Alley oben. Ich nehme den hier unten. Da ist noch einer direkt hinterm Stein. Ja, ich bin schon dabei hier. Ach da, okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Links von dir ist auch noch einer. Ja, ich habe schon gesehen. Die Alley dafür gesehen. Und den kümmer ich mich. Ich kann mich schon um den Kofferraum hin. Ist was zum Looten, was gäbe es. Guck mal, ob ich das U looten kann. Oder ob Nuno looten kann. Klar, scheiße. Ich kann hier nicht gucken. Es ist gelb. Ich kann hier nicht gucken. Anscheinend. Okay, ich komme. Weil ich kann es nur du nicht gucken. Das ist scheiße. Weil, wie weh... Ja. In gelb kannst du nicht gucken. Ich kann nur Brau durchsuchen. Oh, nicht schlecht. Jetzt habe ich markiert. Der Kaffeeautomat ist gelb hier. Nehm mir. Okay. Ach, hier ist auch Munition für meine Waffe. Ich habe keinen Platz. Scheiße. Du musst ja gucken, was du da raus haben kannst, wenn du Munition brauchst, trinkt. Habe ich gerade. Hier wäre Benzin. Wenn nicht, kann man es ja merken. Ist ja nicht weit weg, das Zeug. Jetzt kann man ja auch hier herrufen. Dann, bitte. Aber ich nehme mich jetzt schon mal hier bitte umgucken. Nichts gefunden. Also im Kaffeeautomaten war nichts. Hier ist jetzt noch ein Haufen Gewürze, Regale und so. Hier ist noch ein Haufen hinne. Okay, das lassen wir erst mal. Ich muss mal hier gucken. Ja, ich habe einen Platz noch bei mir. Ich kann ja was finden. Benzin lassen wir auch erst mal. Ah, dann wissen wir, wo Benzin ist. Das ist gut. So, ich gucke mal jetzt in meinem Inventar, was ich alles wegschmeißen könnte. Ich habe hier zwei Zettel. Warte mal. Ja, das ist die Problem, das ist die Brauseverfälle. Nichts, denke ich mal. Ja, habe ich mir weggeworfen. Ja, die werfe ich auch weg. Regulation. Hier hinten sind noch vier Sachen. Die ganze Gucken, muss ich gucken. Ah, wir haben es nicht. Das kann ich durchsuchen hier. Spiel hat sich aufgehangen. Ja, Fehler in der Ersatzverbindung. Also Leute, geht gleich weiter. Sorry, aber Spiel hat sich aufgehangen.